Katie, gleich ist dein großer Auftritt. Wie geht's dir? Richtig gut, aber ich bin nervös. Ja? Ja. Was geht dir gerade so durch den Kopf? Eigentlich nichts, aber ich bin halt einfach nervös. Dann zeig uns doch mal kurz, was du gleich anhaben wirst. Also, erst ist da als allererstes. Wow, ja. Dann für meinen Solo-Lista. Ist halt wie im Wasser. Superschön. Danach, wo ich an der Seite sitze, ist das flangmäßige. Okay. Und zuletzt so ein Party-Kreis, zeig ich jetzt mal so. Also, ich bin mir sicher, alle Zuschauer zu Hause und auch hier gleich in der Halle drücken dir ganz doll die Daumen. Ich glaube, wir müssen raus. Ja. Okay, los geht's. Unsere Star-Eisläuferin heute, kurz vor ihrem Auftritt. Wie seht's dir? Ich bin aufgeregt. Wie doll? Sehr doll. Woran denkst du gerade? Ich denke gerade an das, was meine Mutter gesagt hat. Und zwar, dass ich ganz locker und immer für mich laufen soll. Und ich nicht... Das klingt gut. Was machst du jetzt noch in den letzten zehn Minuten, bevor es losgeht? Warten, warten, warten. Gut, ich warte mit dir zusammen, okay? Okay. Gut. Hallo. 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 Hallo.